ich meine das wäre etwas Optionales auf jeden Fall ich muss eigentlich zum siebten Glacier Jinja! Zack, zack, zack! Boah, die Eisbauer ist geil! Coole Sache! Und... Wo sind wir? Oh, wo muss ich lang? Ah, das ist nur eine Trüe, gut! A-Tage! Oh, ich bin so stark! Das gefällt mir! Oh, diese neue Assysung hat's vollgebesagt! Was haben wir hier? Magical Defense Power Increased Hä, haben wir nicht so was? Öh! Okay! Öhm... Keine Ahnung! Potay! Potay! Hm... Äh... Ich hab's eh schon wieder vergessen! Potay! 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 What a Potay! 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 Oh, ich hab das vergessen. Flap Lappel hieß das doch, oder? Flap Lappel. Haha. Flap Lappel. Ich mag viel Lappel. Äh. Oh, hier kann ich mich... Oh ja, wir trinken's. Du 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 oh. Ja, das ist eine gute Idee. Ich kann's auch mal vorspringen langsam. Toll, jetzt hat er mich wieder voll angegriffen, ne? Egal, wir werden's einfach mit nem... ...Wäh, ich mal kurz heilen. Äh? Wie komm ich denn da hin? Oh, ist eh das Rote zu. Ich glaub, das Rote zu viel sind nicht völlig bestimmt. Oh, da kann ich speichern. Das ist sehr gut, denn ich glaub, es könnte jetzt ein Kampf kommen, der mich schon... ...ziemlich... ...fällig machen kann. Sicher bin ich mir natürlich nicht. So. Speichern. Level 26, cool. Hallo. Oh. Ne, ne, ne. Ich werd erstmal hier... ...das hier nehmen. Hm. Dann werden wir... Ups. Ups. Wo ist es denn? Hier. Ja, so, Magus, mal klar. Was hast du zu... Was hast du zu sagen, wollte ich sagen. die 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 ich brauch dich noch die so die 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 Er hat ja jetzt überhaupt nichts gebracht. Ich dachte, jetzt wird hier irgendwie noch... Ich hab mich vertan, wieder mal! Egal, wir haben diese Magical Leaves bekommen und ein paar Level. Also in dem Sinne war es gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt hier hingegangen sind. Ich bin trotzdem zufrieden. Aber jetzt wollen wir doch hier wieder rausgehen. Das kommt davon, wenn man einfach immer irgendwo lang geht, wo man nicht hin soll. Genauso wie dieser Monstergegner. Auf diesem Kosmo-Fahrstuhl. Okay, das ist das Gleiche. Ja, komm. Oh, du verträgst aber doch ein bisschen mehr. Ja, das... ...sollten wir doch vermeiden. Ja, komm schon. Komm schon. Ihr vertragt einfach zu viel, obwohl ihr einfach nur irgendwelche... ...keine Ahnung, was das sein soll. Tentakelviechern. Ekeliges Zeug halt. Wir werden jetzt kurz mal schlafen gehen. Ja, ich... ...ich hab jetzt überhaupt keine Struktur. Aber egal. So, wir wissen ja eigentlich, wo wir lang müssen. Also, in dem Sinne... Und wir sind schon wieder ein Level aufgestiegen. Wir sind ja doch etwas. Oh, ich bedanke mich für die Waffen, die ihr mir gerade verkauft habt. So, wir müssen nämlich hier entlang. Ach, ne, komm. Was auf, hab ich jetzt keine Lust. Quatsch, aber ich geb euch trotzdem nochmal einen... ...Eisfeile. Tschüss! So. Du, 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 du... Du, du... Hm. Haben wir hier irgendetwas? Ja, scheint nicht so der Fall zu sein. Geh mal einfach rein. Komm, wir benutzen jetzt den Teleporter, ob fertig ist. Ne Latte. Oh, ich geh, glaub ich, richtig, ne? Oh, ja. Ihr seid nicht sehr stark. Curse Hell. Ich zitter. Ja, das ist schnell erledigt. Gibt auch nicht so viele Erfassungspunkte. So, dann müssen wir hier... ...langen und dann... Och, komm schon. Wisst ihr was? Ich werde... ...ich werde... ...irgendwann einen Zauber machen. Das hier. Ich glaub, heilig... ...also, heiliger Zauber gegen diese Gegner ist, glaub ich, effektiv. Da das ja auch irgendwie untote Rüstungen sind. Ja, sieht gut aus. So, den Rest machen wir so und dann haben wir das auch erledigt. So, endlich beim sichtigen Teleporter. Und wir sind, glaub ich, auch schon da, ne? Ja, wir sind tatsächlich schon da. Ähm... ...ja, wir werden einfach mal jetzt kämpfen. Gegen Gegner, die ich noch nicht gesehen hab. Und die anscheinend auch viel vertrauen. Freya hat man halt. Na, Freya... ...äh, wie soll ich sagen? Freya? Nicht auch irgendein so nordischer Gott? Freya? Keine Ahnung. Oh, was haben wir denn da? Ein Schwert? Ice Rock. Okay, ich glaub, das zieht nicht viel ab. Hätte mich auch sehr gewundert. Circle Storm! Juhu! Ha, das ist gefäuscht, mag ich. Aber wir sollten doch, glaub ich, hier mal, äh... ...feuerzauber nutzen. Aber... ...etwas, was auf alle geht. Ja, das hab ich gesucht. Ich kenn mich so gut aus mit meinen Zaubern. Ja, ja, ja. So. Geht doch. Na toll, jetzt nur noch einer. Ja, hier sind die Cruisen. Wenn wir Cruisen. Ach, ich weiß, dass ich nach rechts gehen muss, aber ich werd kurz mal nachschauen, was hier ist. Ich glaub, hier geht's einfach nur raus. Ach, muss ich wirklich gegen euch kämpfen? Wow! Egal, wir werden jetzt nochmal weiter angreifen. Auch wenn mich das, das Spiel kosten wird. Wir werden uns eh gleich einfach heilen, dann war's das. So. Heilen wir uns kurz mal. Wir haben ja jetzt durch die Magical Leaves auch ein paar MP mehr, also in dem Sinne macht das nicht so viel aus. Gut, hier kann man wenigstens mal kurz speichern. Und schon wieder ein Level aufgestiegen. So, nicht gegen die Hardrocks. Gut. Hardrock-Café. Bye. Ähm. Wo haben wir es? Was hab ich denn gesagt benutzt überhaupt? Egal, ne? Na komm, ich vergesse mal vorzuspulen. Ich bin immer so fasziniert von Kampfsequenzen. Dass ich nicht das an denke, vorzuspulen. Passiert halt. Oh, kein Kampf, kein Kampf, kein Kampf, kein Kampf. Kein Kampf, sehr gut. Molto bene. Äh, was seid ihr denn für welche? Ich werd euch mal normal angreifen. Alter, das sind ja eigentlich nur Pflanzen, also... Ja, Elektronilu. Haha, abgewertet. Saga meh. Saga meh. Hm. So, was haben wir hier? Critical Rate increased. Ähm. Ja. Hab ich keine Ahnung. Wie gesagt, ich hab mich diesmal nicht so vorbereitet. Wär ich dann einfach später aufschreiben. So, was haben wir hier? Oh. Ist das nicht so gut? Boah, ha 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 ha, du fährst in meine Träne. Ein Jettin. Ice Queen. Okay. Okay. dann werden wir mal der Ice Queen Feieruntermittag machen. Soll das jetzt ein Boss sein oder... Nee, die Musik sagt eigentlich was anderes. Sieg nur ein Breath. Der stinkt. Nö, also so stark bescheiterlich zu sein. Deswegen wäre ich einfach... Ja, das heiße einfach, ich hätte auch gegen den Boss... Ja, das ist okay. So. Was ist jetzt mit dem Schwert? Ich bin gespannt. Keine Ahnung. Och ne. Äh. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Echt nice. Wie ich einfach wieder vergesse, welchen Zauber ich gerade noch benutzt habe. So. Oh, die Brücke ist auf einmal wieder in Ordnung. Deswegen werden wir einfach mal hier weitergehen. Und wir werden erstmal speichern, bevor wir mit diesem Rudra Stone sprechen. Wer weiß, was für ein Kampf dann auf mich wartet auf einmal. Ach. Natürlich ziehe ich noch einen Zufallskampf vorher reingepfeffert. Damit ich ja nicht weiterkomme. So, 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 so. Ach komm. Yeah, so bist du. So, ich werde mich trotzdem mal kurz heilen. Ich bin der Rudra von den Dharmonen. Warum hast du meinen Rest verletzt? Warum hast du meinen Rest verletzt? Es ist Leben! Jadbira, was du von mir suchst? Ich bin der Rudra nicht. Ihr habt dich aufgewachsen. Die Rudra von den Reptilen hat bereits fallen in battle. Die Rudra von Humanität now seeks power to some unknown end. Das sind die Dinge, ich weiß. Du wirst wissen, was Hausten ist planning? Er, wie du, seeksst den Körper des nächsten Rudra. Ich habe keine Interesse in das. Ist jeder Rudra capable of causingen einen Cataclysm? Indeed. Ich, auch, habe ich diesen Platz. 3 Lagerzons bleiben auf der Die von den Reptilien, die von den Giants und die von dir vor dir. Bring mir ein Fragment von ihnen und ich werde dir mehr erzählen. Ich denke wir wieder zurück. Okay, das war's, oder? Na gut. Was haben wir hier? Was haben wir hier? 2x4, 2x4 zurück. Alles werden dann beobachtet. Okay. Eins. Zwei. Okay. Das war jetzt ja ein schwieriges Felsen. Ich vergesse es immer wieder. So. Jajajaja, ihr könnt mich machen. Du, du, du. Dann gehen wir hier Sonntag und was finden wir dann hier oben? Ja, äh... Cool, dass ich jetzt hier oben rühm, aber was kann ich jetzt hier machen? Ja... Ist ja schön hier, ne, aber mehr auch nicht. Ach du mal, jetzt haben wir diese Hardrock Gegner wieder mit. Ach du mal, jetzt haben wir diese Hardrock Gegner wieder mit. Na komm. Seid nicht so... Seid nicht so stur. Das macht doch keinen Spaß. Dankeschön. Äh... Was können wir jetzt hier oben machen? Ich check's nicht. Ey, ne. Ne, 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 ne. Wir werden abhauen. Juhu! So... Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich hier soll. Aber wir können uns hier wieder... Aufladen. Das ist schon mal gut. Ja, und dann, ähm... Ups. Hä? Immer diese Gegner? Ja. Sock ist elektro... ...uffizierend. Boah. Wo finde ich die denn? Kein Plan. Ich weiß grad nicht, wo ich lang muss. Das ist nicht gut. Äh, Lolo? Bist du fast kaputt? Ich seh's grad. Wie ist das denn passiert? Zack, 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 zack. Komm. Reicht erst mal. Ähm... Ja, ich... Ich weiß grad nicht, was ich machen soll. Oder wohin ich muss, besser gesagt. Juhu! Die haben auch irgendwie nix gesagt. So, sollen wir einfach hier das oder einen Teleporter benutzen? Das ist auch wieder ne gute Frage. Ich werde jetzt einfach mal hier rausgehen. Jetzt weiß ich auch, was immer so viel abgezogen hat. Diese Pflanzen waren das mit ihrem Flächenschadenzauber. So. Keine Monster, keine Monster, keine Monster, keine Monster. Danke. Ich glaub, hier kann ich sowieso nix machen. Außer speichern. Ja, da geht's aber weiter. Hm. What the? Belzebuhl. Okay. Die Gegner kennen wir nicht, deswegen lassen wir das kurz mal laufen. Aha, abgewehrt. Gewerkshot. Ich glaub, das soll Gewerkshot heißen. Gewerk. Gewerkschaftsschuss. Das ist auch nicht schlecht. Abgekürzt mit Verdi. Ich lach schon über meine eigene Witze. Wie witzig. Oh, wir sind in Babel! Witzig. Ja. Könnte man, genau. Hier könnte man doch schön, äh... Wie, keine Zauber für mich? Ah, geil. Okay. Ja gut, dann werden wir jetzt hier schlafen gehen und, ähm... Dann mach ich auch erst mal Pause. Ja. Ich glaub, das ist ne gute Idee. Ja, definitiv. Und dann sehen wir uns das, äh, nächstes Mal wieder, ne? Also... Bis... denn...